hallo und herzlich willkommen zurück zu lost ark in der letzten folge ja konnten wir dabei zu sehen bzw wir haben den jahre stein geholt und konnten dann dabei zu sehen wie der pater hinter uns der jetzt gerade nicht so ganz erkennbar ist die anderen geheilt hat und er hat gesagt dass wir uns aufmachen sollen das wenn wir jetzt auch tun wir müssen aber erst noch mit jemandem sprechen und zwar mit ihm hier ich hörte ab luis ist wieder bei bewusstsein wie hast du es übrigens aus aquilox schwanz raus geschafft na ja auch spaziert bin ich nicht report habe ich auch nicht benutzt ach so ist ja die auch machen können genau ich bin mit dem lied der flucht entkommen gut gemacht das lied der flucht gibt es genau für solche situationen du kannst auch den triebrottern nutzen um dich sofort zu einem ort deiner wahl zu teleportieren entscheide situationsabhängig welche methode die geeignetere wahl ist hier sind einige informationen über judia ich hoffe sie helfen dir weiter ich habe die karawane und einer nachricht geschickt du kannst nahe der grenzwacht an bord steigen sie bringt dich nach judia da oben dann würde ich sagen dass wir war das jetzt eigentlich das doch das war das wo wir drin waren würde ich ja ist ja gut ich muss noch alt drücken entschuldigung dass wir da einmal hinreisen das wollte ich eigentlich sagen ich bin nämlich manchmal ein bisschen faul geworden ich habe doch keine pest hallo siehst du aus oder was weil hier ja 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 Was macht die denn da für ein Tänzchen? Die weiß schon, dass man das nur machen sollte, wenn man Gegner hat. So, da müssen wir hin. Die Straße ist einfach zu steil und außerdem lauern dort überall Banditen. Ich habe Herrn Dossmann, der mit den Nomaden Handel betrieben hat, über diese befragt. Er sagte, die Nomaden hätten wegen der Banditen ebenfalls ihr Lager aufgeben müssen und seien zu einem Interimslager weitergezogen. Du musst mit den Banditen reden, um Informationen über die Morai-Ruinen zu erhalten. Beginne damit, sie zu suchen. Naja, ob man wirklich mit denen reden soll, ich weiß es ja nicht. Autsch, meine Arme und Beine und mein Rücken. Auf der Flucht vor diesen Banditen habe ich mir alle Muskeln gezerrt und dabei habe ich nur nach Verkaufsgegenständen gesucht. Ich glaube nicht, dass hier in der Nähe jemand ist, aber wenn ich mit leeren Händen zurückkomme, wird der Boss nicht gerade erfreut sein. Oh, du hast gesagt, du wärst auf dem Weg zum Interimslager, richtig? Würdest du meinem Boss Joffrey sagen, in welcher Situation ich mich hier befinde? Ich danke dir. Klar, wenn ich schon mal da bin. So, dann müssen wir einmal nach oben reiten. Ach, das ist das mit diesen Kristallen hier. Wobei ich sagen muss, die Gegenden sind ja schon irgendwie ganz cool gemacht. Äh, hallo? Sieht so aus, als würden Sie den Eingang für mich finden. Storash, hab ein Auge auf unsere neuen Freunde. Okay, wo muss man jetzt hin? Da oben. Doosman? Wie kommt... Äh, warum kommt er da nicht einfach zurück? Ach, immer nur Ausreden. Irgendwann kriege ich durch eine seiner Ausflüchte noch ein Aneurisma. Hallo? Oh, tut mir leid, dass ich so geschrien habe. Du bist schließlich nur eine Botin. Wie auch immer, ich danke dir für deine Botschaft. Kein Thema. Du bist ein Fremdling. Nö. Die vom Banditenangriff zerstreuten Leute haben es noch nicht ins provisorische Lager geschafft. Ich denke nicht, dass wir uns im Augenblick auf die Morai-Ruinen konzentrieren können. Wir können diese Leute nicht einfach so ihrem Schicksal überlassen. Würdest du mir dabei unter die Arme greifen, ihnen zu helfen? Klar. Ich werde mich um die verwundeten Nomaden kümmern. Wir sind so das Heldenteam irgendwie in dieser Geschichte. Warum willst du uns helfen? Sag mir, warum will ein Fremdling helfen? Tja, warum? Vielleicht aus Nächstenliebe oder einfach nur, ja, weil ich gerne helfe halt, ne? Du gehörst zum Priester dort. Nun, es stimmt, er hat uns geholfen. Und du willst uns ebenfalls helfen? Sonst hätte ich es ja nicht gesagt. Es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Seit dem Banditenangriff bin ich sehr angespannt. Ich hoffe, es geht allen gut. Würdest du uns helfen, die Vermissten zu finden? Oh, ich danke dir. Dann wende dich bitte an Baogin. Er kann dir mehr darüber erzählen. Als die Banditen angriffen, ist er mit einigen Banditen zusammen entkommen. Hä? Er könnte also etwas wissen. Wie, als die Banditen angriffen, ist er mit dem Banditen entkommen. Hallo? Die Banditen haben uns wie aus dem Nichts überfallen. Wir haben zwar alles gepackt, aber sie waren so beharrlich, dass wir alles zurücklassen mussten, um unser Leben zu retten. Wir möchten zwar unsere Habseligkeiten wiederhaben, doch wir fürchten die Banditen außerhalb des Dorfes. Baogin sagte, er würde sie alle einsammeln. Aber ich weiß nicht, dass er das... Aber... Er würde sie alle einsammeln. Aber ich weiß, das kann er nicht. Du hast gesagt, du würdest uns helfen, nicht wahr? Würdest du unsere außerhalb des Dorfes herumliegenden Taschen bergen und sie Baogin überreichen? Warum nicht den Leuten? Soll er jetzt hier der Held sein, oder was? Oder wie? Ja, ist kein Thema. Können wir eigentlich hinreiten, ne? Mal schauen. Ähm, hier muss ich dann die Taschen einsammeln. Okay, das war's auch schon. Baogin, ich komme. Entschuldigung. Du hast so viele Taschen gefunden. Ne, nein, ich bin nicht überrascht. Ich war auf dieser Seite ebenfalls fast fertig mit der Suche. Ich schätze, ich muss dir danken. Aha. Alle, die mit mir geflohen sind, sind nach Süden gegangen. Ich wollte ihnen zwar folgen, aber ich bin nicht an den Banditen vorbeigekommen. Gus muss mich schon erwarten. Du reist nach Süden, nicht wahr? Würdest du dich dann um die Banditen kümmern, die dir begegnen? Oh, und bitte sag Gus, sobald der Weg frei ist, dass er mich hier treffen soll. Okay. Diese verfluchten Banditen verdienen es, dass man ihnen Sand in den Rachen stopft. Sie haben uns alles genommen, was uns irgendwie nützlich war. Einschließlich unserer Nahrung und sogar unsere Kochtöpfe. Ich werde für diese Dinge nicht mein Leben riskieren. Aber ohne sie haben die Nomaden nichts zu essen und keine Kochgeräte. Abenteurerin, dürfte ich dich bitten, mir zu helfen? Bitte bring die Dinge zurück, die die Banditen von uns gestohlen haben. Und ich werde dir für immer dankbar sein. Jo, kein Thema. Um uns herum befindet sich überall bares Geld. Aber wegen der Banditen komme ich nicht dran. Hey, du da. Du siehst aus wie eine starke Abenteurerin. Hättest du Interesse an einem Job? Hast du die Belschi gesehen, die in der Wüste herumrennen? Sie sehen zwar schrecklich aus, aber ihr Fleisch ist dafür umso köstlicher für die Nomaden. Sammle Belschi-Fleisch und bringe es zu Etina. Naja, solange es gutes Fleisch ist, wird sie dich dafür belohnen. Okay. So. Das Belschi-Fleisch ist hier, aber wo ist jetzt? Achso, das ist da unten. Jetzt ist das so durchsichtig. Wahrscheinlich müssen wir da dann gleich hin. Also machen wir erstmal die Sache mit dem Belschi-Fleisch, würde ich sagen. Ähm, was sind Belschis? Seid ihr Belschis? Ihr seid Belschis. Leckeres Belschi-Fleisch. Gut, dann können wir weiter. Ähm... Genau, da unten geben wir nämlich ab. Das habe ich mir schon gedacht. Steintöpfe und Nahrung sammeln. Ja. Oh, willst du mich veräppeln? Aber er hat es angemeldet, ne? Ja. So, mach die Nahrung. Los. Hallo. Hä? Das hat doch gerade noch geblinkt. Da ist noch was? Ne, sprich mit Guss. Achso, das war's schon. Schalte die Weißsandbanditen aus. Achso, ich muss noch fünf erledigen. Ah, okay. Wie drehen die denn immer so? Hallo. Bleib mal stehen. Einen brauche ich noch. Komm her. Stufenaufstieg ist immer gut, aber wir gehen jetzt erst mal weiter, bevor wir das machen. So. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Das sind all diese Dinge. Du hast sie wirklich zu uns gebracht? Wir werden also nicht verhungern. Zumindest nicht unsere Kinder. Du bist so gar nicht wie die anderen Fremdlinge, die wir getroffen haben. Ich danke dir. Ich besitze zwar nicht viel, aber wenn es etwas gibt, was ich für dich tun kann, dann lass es mich wissen. Hauken will, dass ich zur Nordseite komme? Ist der verrückt? Überall sind Banditen. Wie? Ja, dann kümmere dich bitte um alle Banditen, die dir über den Weg laufen. Diese dreckigen Halunken haben uns alles genommen. Bitte, beseitige sie. Ja, ja. Herr Sirene ist so ein talentierter Geschäftsmann. Ich wette, er kann sogar Salz an Nomaden verkaufen. Ich sollte dich dafür bezahlen, nicht wahr? Nur eine Sekunde. Eins, zwei, drei, vier. Bitte, beseitige sie. Ja, ist ja gut. Beseitige die Weißsandbanditen auf dem Weg zur Salzmine. Wo ist denn überhaupt die Salzmine hier? Also da oben kann ich noch was freischalten, aber ich sehe keine Salzmine. Guck mal, trotzdem erstmal, dass wir hier ein paar... Tu auch noch. Banditen, wo seid ihr? Die Gameplayerin ist hier. Obwohl, ich heiße ja jetzt hier nicht Gameplayerin, ich heiße ja jetzt Mondgütt. So, war's das schon? Ja. Ich will nicht immer diesen Kram machen. Ich weiß auch nicht, was ich dafür bekomme oder ob ich dafür was bekomme. Aber ich will meine Quest machen, Leute. Nervt mich doch nicht immer mit sowas. Ahaha. Ahaha. Ähm, so. Dann nehmen wir am besten erstmal die Quest an, würde ich sagen. Irgendwo hier. Da. Wir Nomaden haben unser ganzes Leben im Sand von Judea verbracht, ohne unsere Fußabdrücke in der Wüste zu hinterlassen. Aber Diebe tun es. Und hinter dir erkenne ich eine lange Fußspur. Hallo? Ich bin keine Diebin. Haha. Ich habe mir nur einen Scherz mit dir erlaubt. Du musst nicht gleich zu ernst reinschauen. Mundgöttin, ich weiß bereits Bescheid, wer du bist. Der Wind von Judea hat es mir zugeflüstert. Das ist noch nicht alles. Der Wind hat mir auch gesagt, warum du hier bist. Du bist die Kriegerin der Sonne, die uns Nomaden von diesen heimtückischen Hügel, Munkas und Walukakteen retten wird. Oh, und du wirst auch Munkahörner und Walukakteen-Durnen zur heiligen Judea Ayala bringen. Ihr habt auch nichts mit schweren Namen hier, ne? Puh, ich bin ganz schön erschöpft, nachdem ich nach so langer Zeit erneut die Gabe der Prophezeiung verwendet habe. Meine Aufgabe ist hier erfüllt. Und nun geh, Kriegerin der Sonne. Der Wind von Judea wird dich führen. Okay. Ich bin schlau wie ein Fuchs, hat er gesagt. Ich spreche mit dem Nomadenanführer. Wo muss ich denn mit dem Nomadenanführer sprechen? Nur zwei sehe ich gar nicht. Ach so, das kommt wahrscheinlich dann, wenn ich im nächsten Bereich bin erst, ne? Dann machen wir jetzt erstmal die drei. Kakteen-Durnen und Hörner. Ich denke mal, dass das dann so viel heißt, wie wir müssen kämpfen. Walu und Munker. Das sind... Ludus. Munker. Okay, ihr seid Munker. Das ist schon mal gut zu wissen. Kommt zu mir. Ihr seid Walus. Das ist auch gut zu wissen. Hallo. Munkers habe ich ja schon. Ah! Ah! Ich verstehe echt nicht, woran das jetzt liegt. Wann die angreifen oder wann die nicht angreifen. Also das ist was... Das ist ein Geheimnis, was sich mir irgendwie noch nicht so ganz offenbart hat. Davon werden wir ganz bestimmt nicht satt. Hallo? Ach so, meine Fertigkeitspumpe kann ich ja noch machen. Stimmt, das habe ich total vergessen. Ja, ich liebe diesen Song, aber trotzdem... Ah! Okay, die Eisdusche. Ich lege mit der Macht des Frostes. Für Gegnern Reichweite, Wasserschein zu Lähmungsimmunität, Hinterhaltsangriff. Hört sich jetzt nicht so doller an. Ich glaube, den habe ich auch übersprungen und habe dann direkt den Blitz genommen auf meinem anderen Account. Also Char, nicht Account. Wir könnten jetzt theoretisch einmal zwei Punkte reinmachen und... Ach, hier kann ich noch aussuchen, ne? Gravitation. Gravitation. Schnelle Vorbereitung. Weitwinkelangriff. Was heißt das? Radius des Flächenschadens plus 20%. Angriffe beim magischen Spaltkreis ereignen sich schneller. Okay, größere Fläche oder... Oder ich kann es schneller benutzen. Ich würde sagen, größere Fläche, oder? Geht eigentlich recht schnell. Also es geht so. Was soll denn das? Ähm... Dann würde ich fast sogar sagen, dass wir hier nochmal einen Punkt reinmachen. Dann hat er zweieinhalb. Okay. So, dann müssen wir hier oben noch was abgeben. Wir müssen dafür bezahlen. Moment. Wie? Heiliger? Zeichen der Kriegerin? Geht es dir gut? Warte. Dich hat Shimane gebeten, das zu tun? Ayala berührt ihre Stirn mit ihrer Handfläche. Ach, dieser Stroll Shimane. Ich bat ihm, mir ein paar Nadeln zu besorgen. Und dann hat er dich darum gebeten. Mein direkter Nachbar, Mata Han, hat bereits zu den Waffen gegriffen. Doch Shimane wird niemals erwachsen werden. Aber wie auch immer, wir verdanken dir... Wir verdanken dir, Kriegerin, die Möglichkeit, unsere Zelte zu reparieren. Vielen lieben Dank. Okay. Dann schauen wir jetzt aber mal eben nach. Ich wusste es, dass wir hier noch was tauschen können. Hier ist noch was zum Erlernen. Zum Abendverlieren hinzufügen. Das auch. Die Unterhose ist schöner als die andere. Das heißt, die tauschen wir aus. Das ist auch besser. Ich frage mich ja immer. Ja gut, okay. Das ist der Gegenstandswert, der dann besser ist. Das ist auch besser. Einen besseren Stab habe ich leider noch nicht bekommen. Ich meine, den hatte ich zu einem Zeitpunkt eigentlich schon. Aber okay. So, mal schauen, was wir jetzt hier ausnahmsweise mal verwerten können. Weil letztes Mal war es ja so, dass wir die Sachen hier oben nicht verwerten konnten. Die können wir jetzt aber reintun. Okay. Das nutzen wir doch mal direkt aus. So, zack. Ist natürlich nicht viel, aber das nehmen wir mal an. so, Goldmünze. So, Goldmünze. Eine Goldmünze, die in uralten Zeiten weit verbreitet war. Unter Sammlern beliebt verwenden, um 1000 Silber zu erhalten. Ich denke mal, verkaufen kann man die nicht. Und verkäuflich, unzerstörbar kann nicht. Ja, ja, okay. Dann verwenden wir die mal, damit wir nochmal 5000 Silber dazubekommen, weil ich denke mal mal, gebündelt einsetzen. Ja, ich denke mal mal, dass man sonst nicht allzu viel damit machen kann. So. Dann schauen wir mal. Hier oben war nämlich ein Händler, ne? Ja, das tut mir leid für dich. Was ist eigentlich mit dem hier? Der ist sogar noch schlechter. Oh je. Okay. Ach so. Oh ja. Gut, dass der jetzt automatisch da reingeht. Ich habe nämlich vergessen, auf Verkaufen zu drücken. So, dann haben wir das auch schon mal wieder aus dem Inventar raus. Dann schauen wir mal. Ja, im Endeffekt haben wir jetzt, ich muss mal eben hier so ein bisschen dahin gehen, wo man mich auch sehen kann. Im Endeffekt haben wir jetzt nur die Quest noch, die wir machen müssen. Da ich jetzt nicht weiß, wie lange das Ganze dauert, würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.